Diese Bilder! Ach du Scheiße. Das ist so lächerlich. Guck dir einfach die Bilder an. Der erste geht ja klar mit dem Hitman. Dann der dritte vom Gegner. Ich hab nichts dazu. Du musst den Biohazard-Container lokalen. Der Biohazard-Container hat ihn lokalen. Ich weiß nicht, was er noch kennen soll. Wen überhaupt. Ach den! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. G-G. Fakt. Nice. Man, ich hab grad gesehen. Ja, das war ganz anstrengend, der Sieg. War hart umkämpft. Attach. Tag. 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 We need to protect the biohazard container secure the room Der hat minus 190 geklappt 10 Sekunden left 5 Sekunden left Op4 has located the biohazard container Bloody fucking ass Vorne Hier ganz hinten ein Glas stellen Enemy scan incoming, starting the clock Abonniere 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 When empowered Glast vener рыв Bewegkokten Kamala Abonniere Abonniere T Skills Mehr Abonniere Abonniere Antes Abonniere Spannungsgeräusche der kommt der kommt ich hatte nur noch 16 lebenspunkt deshalb scheiße ein in deinem das war's in der nächsten ecco drohnes ist Nice. Rude. Oh, da war ne Claimor dahinten, wenn ich da reingelatscht wär, das wär lächerlich. Ich hab irgendwie 200 Punkte durch Sonic Burst gemacht, ich hab ne neue Farbenprinzip gefunden. Ich krieg 25 Punkte für ein. Und wenn ich das aufs ganze Team einmal mache, hab ich 100 Punkte. Und ich hab zwei Schuss am Anfang, also kann ich 200 Punkte machen. Dann muss ich 10 Sekunden warten und dann kann ich wieder schießen und hab wieder 100 Punkte. Na gut, vielleicht dann 50 oder so. Eben hab ich irgendwie geschützt 200 dafür bekommen. Find the Biohazard Container Location. Ich glaub wir waren es frei. Tellers ist auch clear, ich glaub die sind wieder oben oder... Upstairs or in the wall. Oben, da wo sie frei waren. Das ist nicht das letzte. Kaka Kohl ist scheiße. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. 5 Sekunden zu gehen. Biohazard Container Located, Proceeds to its location. Die blöcke. Das ist nicht das... Ja, das ist nicht meins. Ich glaube es ist nicht mehr zu tun. Ich habe es nicht mehr zu tun. Das heißt, ich habe es nicht mehr zu tun. Loll Loll Kaff, oder? Mh Das ist rot Das ist eine solide Wand, da geh ich mal Achja, wenn du das Video angucken wirst, Alter, das war so lächerlich Ich hab'n Vigil, der war hinter dem Dings und den hab' ich dann einmal abgeschossen und dann ist er gestorben Der Smoke hat auch vergast Ich hab' 4K grad in der Runde gemacht Das war eigentlich ne Ace, weil er halt nur... gedeutet worden Guck, da würde man jetzt die... wenn ich ein Black Ice hätte, würde man den sehen Nö Weil der eben so schöne Fronten dran hat Oh, Alter Der Vigilkey war eh das Beste 150 Punkte für das Schwein Wegen Rapellen, dann Kopfschuss Dann Penetration, dann eben noch Flipside Ist auch so lächerlich Der war hinter so'n Kasten und ich schieße durch die Kasten random dreimal durch Und dann mach' ich dem Kopfschuss